Hallo, ich bin der Stefan Burmöttler und zeig heute in die FB-Kickern, wie man richtig Tischlussball spielt. Du kennst euch, ich bin gespült. Er ist ein Tourner, also er ist eigentlich von Turzerein. Er ist so ein großer Fußballfan. Okay. Das heißt, er kennt schon dementsprechend gut und Gas geben. Man kann einen Wetteinsatz machen, wenn ihr ein Tor bekommt oder so? Wenn wir ein Tor bekommen, was soll man... Ja, zehn Liegestütze oder? Mach mal fünf Liegestütze. Bist du sicher? Okay, lass mich hindern. Mein Freund, ey, ey. Aber ihr habt es gewusst, Kerl. Ihr habt es gewusst, dass der das kann, gell? Er hat irgendwas gemacht. Ich leite dich dann draußen an den Platz. Ich leite dich dann draußen an den Platz und dann schauen wir. Mitte zähl nicht, Mitte zähl nicht. Aber gut, da dreht er nur. Ich lach jetzt, aber ich kann nicht verlieren. Ich lach jetzt ein bisschen hart. Du musst, dass er spielen kann. Du sagst, wir sollen fünf Liegestütze machen. Ja. Du sagst, wir sollen fünf Liegestütze machen. Du sagst, wir helfen. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.